Hi Leute, willkommen in meinem neuen Video. Ich wollte sagen, dass ich jetzt nicht mehr in Deutschland bin, also ich bin nach Mazedonien geflogen. Also das ist mein Video, wo ich in Skopje war, im Flugzeug. Ist mein Flughafen hier. Und hier war ich vor einem Tag, also gestern habe ich den ganzen Tag kein Handy gekriegt, weil die Polizei mein Handy genommen hat. Also keine Ahnung, um 3 Uhr ist es in mein Haus die Polizei gekommen, gestern. Und die Polizei hat gesagt, dass ich raus von Deutschland muss. Und also ich werde weiter Video machen, deutsche Video. Ich versuche, aber das was ich schade finde, ich wünsche mir in Deutschland. Und tschüss, bis nächstes Video.